Die Zone ist jetzt schon da und der Kling ist viel kleiner. Aber da wo ihr immer so gerne sein wollt. Wer ist denn das? Achso, der Fremdling. Ist doch noch ein Fremdling reingekommen. Wir sind im Gas. Diese Fremdlinger. Fremdlinge ist raus. So, ich wiederhole. Fremdlinge ist raus. Haben wir zu unserer Lieblingshütte oder was haben wir vor? Ich weiß nicht. Was heißt zu unseres? Ja, deine Lieblingshütte. Ne, da wollen sie schon welche hin. Da sind schon... Oder noch? Jetzt ist keiner... Doch, ne, jetzt. Nein, doch. Ja, nein. Ich weiß nicht. Unter uns sieht es gut aus. Ich geh jetzt. Ich glaub hier, was? Ne, in deine Hütte sind schon welche rein. Viele Leute mindestens. Oh nein! Oh, ich hab vergessen. Schon ziemlich. Das passiert manchmal. Hier bin ich sicher. Bis jetzt ist es bei mir sicher. Gerade gewesen. Ich will da runter plumpern. Aber es kann sein, dass es in zwei Sekunden nicht mehr sicher ist. Also sehr vorsichtig. Soll ich runter plumpern? Und da unten schießt einer aus dem Fenster. Pulver! 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 Also hier unten ist auf jeden Fall einer drin. Bei der Panzerung. Nicht zu der Panzerung gehen. Ich wollte nur markieren, dass da jemand ist. Pulver! Pulver! Achso, du brauchst Hilfe. Wo bist du denn? Oh, da oben ist einer. Bist du näher, ja? Dann musst du dahin gehen. Bewege dich! Komm nicht dran, ich komm nicht dran. Du bist zu weit weg. Okay, was passiert jetzt? Gulag. Gulag. Gulag? Ganz normaler Gulag? Ne, ich werd unten in meine kleinen Kammer gesperrt. Naja, das ist doch immer so ein Gulag. Du siehst du, du wurdest in Gulag geschickt. Jetzt hab ich's genau gehört, dieses Gesetze. Und hier unten ist jetzt, sind eins, zwei, drei, vier, vier Wände. Mach's gut auf, du bist bald da draußen. Mach dich kampfbereit. Du bist so leid dran. Vier kleine Räumchen und Innenräumchen. Aber hier ist echt gut, die zwei Häuser. Ist noch nichts passiert, was jetzt. Hör zu, Soldat! Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, ist es auf. Schalte sie aus oder in das Ziel ein. Oh no, ich bin gefallen. I repeat, I'm fooling. Also mich würd ich käufen. Schöpfchen passen. Ja. Das ist geil dafür, aber da tun sie mir so gefährlich. Ich versuch zu dem anderen. Der ist bisschen sicherer. Ne, zu der will ich nicht. Die ist mir zu gefährlich. Moment, Kommander zurück. Oh Gott, aber das kann ich nicht lassen. Oh Gott, aber das kann ich nicht lassen. Oh no. Und die ganzen drei... Oh, warum sei denn nicht mit? Hier ist alles voll und keiner lootet das. Oh no. Ich muss jetzt da rüber. Und was machst du denn? Wann passt du denn nicht um? Oh no. Das ist... Aber das möchte doch keiner. Aber das möchte doch keiner. Ausbruch. Oh no. Scheiße, die haben mich! Da kommt Kollege, kommt Kollege. Versorgungsstation gefunden. Ach, der Kollege von uns hat oben auf ihn geschossen. Ach so, okay. Was ist denn jetzt los? Ich durfte einfach so. Ach so. Das war bestimmt ein Ausbruch. Das klang auch wie Ausbruch gerade. Ach so. Achtung, du hast hier oben einen auf den Haut. Feinde in der Nähe! Oh, da kommt einer lieber. Ja, ich hab's gehört. Wuh! Haben wir! Hier ist ein Herzschlag, sehen Sie? Ich hab auch ein Schildgeschütz. Ist das ein automatisches? Ich wüsste nicht. Ich kann es aber nicht rausholen. Ich hol mir immer Muniz. Wollt ihr euch eine Gasmaske holen? Habt ihr Geld? Braucht 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 ihr Geld? Soll ich es euch hier hinschmeißen? Ich brauche Geld. Ich brauche Geld irgendwo. Das reicht schon. Nee, reicht mir noch nicht tausend. Ich warte aber bis zum Schlussverkauf. Hier, hast du nicht mehr. Danke. Eine Gasmaske habe ich schon. Was bräuchte man noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Ich schmeiß ab hier. Nee, nee, ich hab genug. Ich hab 6000. Wenn, dann gib mir doch was, damit ich eine Gasmaske holen kann. Da oben wird geknallert. Wir bleiben hier. Die wollen immer alle dahin. Außer Noob. Und ich brauche auch nur Munition. Ja, Munition könnte ich kaufen. Wenn du mir Deckung gibst. Ich bin hier hineingeflitzt. Ich brauche nur Gasmaske. Habe ich schon. Hab ich schon gefunden. Jo, Mimi. Jo, Mimi. Könntest du ein bisschen was Geld haben? Was Geld von mir bekommen? Ich leg mal hier Munition hin. Ich leg mal hier ein bisschen Geld hin. Hier ist Munition. Ich jetzt ein bisschen Geld. Alles, was ich hier habe. Das reicht wohl nicht, glaube ich. Das ist eigentlich unser Kollege. Dann ist der Ugel. Ach, der ist oben, ne? Warte mal, wer ist denn da? Welche Farbe hat der? Der ist orange. Der ist da drüben. Der ballert anscheinend rum. Das Gas kommt? Okay. Neue Sicherheitszone gefunden. Okay. Wo ist denn los? Ich gehe trotzdem oben rein. Wollen wir noch warten, bis uns das Gas in den Arsch fährt? Gucken, was hier so runterfällt? Ich gehe gerade immer hier hoch, Mimi. Wir könnten ja auch aufs Dach. Vielleicht ist es da sicher. Dann kann man nämlich besser alles abschießen, was von oben. Aber dann sehen wir auch so. Gerade eben war einer auf dem Dach. Ja, dann gehen wir lieber nicht dahin. Aber ich ziehe mich mal hoch und guck mal, wie es aussieht. Nein, tu das nicht. Kann man nicht hoch. Ich habe unseren Kumpelchen hier gefunden. Aber ich gehe mal hochgucken. Wir müssen hier aber langsam aufpassen. Ich gehe mal eben erst mal hochgucken. Kommt der, kommt der, kommt der. Ich bin auf dem Dach. Okay, ich bin auf dem Dach. Jetzt scheint es leer zu sein. Ja, hier ist es leer. Oben auf dem Dach. Ich habe auch Herzschlag gesehen. Ich habe auch Herzschlag gesehen, sie da oben ist. Aber das Gas kommt jetzt. Wir müssen los. Wir sind auf verschiedenen Ebenen, das ist ja gut. Oh, hier ist noch einer. Da ist einer. Da ist ein Feind. Ich nehme diese Schrottflitte. Das Gas nähert sich dir. Ah, schnell weg hier. Der Kollege geht da drüben lang. Ich wiederhole, der Kollege geht da drüben lang. Müssen wir aber nicht hinterher. Ja, aber weil die Feinde da so... Ne, das war nur ein Blitz. Weil die Feinde sind genau... Die sehen uns, wenn wir da drüben... Wenn ihr da drüben runter geht, sehen euch die Feinde zu gut. Deswegen ist er hier rüber gegangen. Das war schon eine gute Idee hier zwischen den Häusern. Okay, dann... Kommt hier hin. Kommt hier hin. Kommt hier hin. Kommt hier hin. Feindliches Team, verfolgt deine Position. Ich bin kurz hier warten, bis das Gas kommt. Ich werde verfeucht. Ich werde verfeucht. Warum kann ich dieses fucking Geschütz nicht absetzen? Das geht mir aus dem Sack. Nein, hier. Wir kommen nicht hinterher. Aua, aua, aua. Das Gas. Oh nein. Kommst du hier rein? Warte. Kannst du hier rein? Komm, komm. Hier drüben. Komm rein. Schau, schnell, 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 schnell. Einer, mach du die Tür zu. Mach du die Tür zu mir. Nein, nicht vor der Tür. Bist du verrückt? Ich muss ihn nur ein bisschen annehmen, damit er noch überlebt bis hier rein. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Okay, Plank dich. Hast du Plankplatten? Ansonsten liegt noch Munition und so, falls du schon geschossen hast. Das ist noch eine Kiste. Ich geh mal hoch hin. Du, das Gas. Entschuldige, ich hab nichts um weit zu schießen. Da war noch eine Gasmaske. Oder lag die da jetzt? Wir müssen langsam rüber. Ah, scheiße. Zum Kollegen. Genau, der hat schon mal das Haus vor uns inspiziert. Das ist gut. Nein, aber dein Kollege ist doch hier. Das ist doch egal. Wir sind jetzt zu viert. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Entdeckung. Aua. Deswegen bleib hier drinnen. Komm hier hoch. Wir sind alle hier oben. Hier ist einer tot. Hier ist einer. Der rennt hier vorne weg. Hab ihn. Meistgesuchtes Ziel neutralisiert. Gut doch. Meistgesuchtes Ziel. Da sind noch Platten, wer braucht. Nee, nee. Hier sind auch noch. Aber Nick, hast du genug? Du bist grad down gewesen. Du musst dich platten. Wir sind genau drinnen, oder? Ich hab keine mehr. Komischerweise. Wir sind genau drinnen. Wir müssen zurück. Wir müssen aber zurück. Die geht gleich da rüber. In das andere Haus. Man kann hier auch aus der Seite raus. Muss mal aufpassen. Von der Seite könnte noch was kommen. Wir bleiben bis das Gas im Arsch ist. Wir bleiben bis das Gas im Arsch ist. Was ist das? Was war das? Nein, ist er noch. Aber. Sehr gut. Noch fünf. Kommt da jemand? Ich spring hier aus dem Fenster. Nein, ich hab's einfach nur damit keiner kommt. Damit erst gar nicht erst einer kommt. Jawohl. Mit dem Fremdling. Geile Scheiße. Alle überlebt sogar. Alle überlebt sogar. Ich hab's nicht aufgenommen. Wer hat's aufgenommen? Ich kann's jetzt noch aufnehmen. Warte, sonst ist das nicht drauf. Volli. Unser Vigali. Mit unserem fremden Dali. Wer freut sich bestimmt. Geiles Team. Ohne Borde. Erste Runde. Gleich ein Sieg. So muss das sein. Da muss man irgendwie wieder anfangen. King Koko. Süße Name. Da muss man gewinnen mit dem Namen. King Koko. Mit meiner Waffe. Mit meiner Lieblingswaffe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 구멍 Zug, oder sicher? Wir��iamo. Komm schon. Nein, wir 40 masteritioner. Bis zum nächsten Mal. dieses Mal. Na. Bis zum nächsten Mal.